Mit der Hilfe des Robots können wir tausend viele Yeastkolonien auf verschiedene Pläten mit unterschiedlichen Gewaltkonditionen. Tauchen Sie die Öse in die sterile Suspension ein. Streichen Sie auf der Ackerplatte drei parallele Linien aus. Dann flammen Sie wieder die Impföse ab und streichen drei neue parallele Linien auf der Platte aus, die sich mit den ersten drei Linien überlappen. After switching on the light, we open the luminous field diaphragm as far as it will go. We now adjust the height of the condenser. The front lens should be a few millimeters away from the slide. Neben der Lunge liegt das Herz. Dieses ist zweigeteilt und besteht aus Vorkammer und Hauptkammer. The butt grows nearly to the size of the parent cell. The nucleus divides and the two cells separate. Our standard procedure is to transfer the proteins onto a one-dimensional SDS gel and to separate them by using an electrical field. When closing the container, be sure not to contaminate the other pipettes or the inner surfaces of the container. What are the factors steering fungal development in general and, in particular, upon the entry and once inside of plants? For our experiments, we cut off the stalk and collect the liquid, which is transported upward from root to flower, which is called xylem sap. And adjust the pH to the desired value using diluted aqueous solutions of either acids or bases, like hydrochloric acid or sodium hydroxide. As you can see, aspergillus is a versatile model organism that helps us to understand a lot of fundamental questions in molecular biology.